Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Die Serie Doctor Who ist ein absolutes Wunder. Und wäre man das natürlich grundsätzlich über jede Serie sagen könnte, die fast 60 Jahre nach der Erstausstrahlung ihrer allerersten Folge immer noch über eine treue und loyale Fan-Community verfügt, wird es bei Doctor Who erst dann so richtig faszinierend, wenn man bedenkt, was für eine turbulente und oftmals schlicht und ergreifend katastrophale Produktionsgeschichte die Serie über sich ergehen lassen musste. Wir haben ja hier in meinen Videos bereits das ein oder andere Mal über den sogenannten Purge gesprochen. Ihr wisst schon, diese großartige Idee der BBC in den 70er Jahren einfach einmal mehr als ein Drittel aller Folgen mit den ersten beiden Doktoren zu löschen. Aber das ist nur ein einziger kleiner Puzzleteil in dieser großen Geschichte rund um den Doktor. Während einige Doktorendarsteller alles andere als im Guten aus der Serie geschritten sind, hat es wahrscheinlich keinen anderen so hart getroffen wie den sechsten Doktor Colin Baker, der zwar nur für zwei Staffeln der Doktor war, aber trotzdem eine Menge durchmachen musste. Baker, der übrigens nicht verwandt ist mit dem vierten Doktor, der Tom Baker hieß, kam in der 22. Staffel zu der Serie und die sollte damit dann auch gleich seine erste und seine letzte werden. Denn nach der Ausstrahlung der ersten Staffel bekam die BBC einen neuen Programmdirektor und der hat Doktor Who neben auch einigen anderen damals recht beliebten Formaten schlicht und ergreifend abgesetzt. Es kam natürlich eine Menge an Fanprotest und letztendlich hat man diese Entscheidung wieder revidiert und den Doktor für eine 23. Staffel verlängert. Aber diese Staffel wurde dann trotzdem von ihrem ursprünglichen Konzept extrem stark verändert. Bereits mit der 22. Staffel und der ersten für Colin Baker hat man das Konzept der Serie dahingehend geändert, dass man nicht mehr auf 22 Minuten lange Folgen gesetzt hat, sondern auf 45 Minuten lange Folgen. Das hätte man grundsätzlich auch für die 23. Staffel vorgehabt. Dann allerdings wurde womöglich aus Kostengründen entschieden, dass man die Folgen wieder auf nur 25 Minuten reduziert, dabei aber die geplante Folgenzahl nicht mit erhöht, so dass die 23. Staffel im Endeffekt circa die Hälfte der Laufzeit einer damals normalen Doktor Who Staffel bekommen hat. Das ist natürlich deswegen problematisch, weil man natürlich in der Vorbereitung der 23. Staffel schon einige Specials und Serials und Story Arcs geplant hatte, die man dann schlicht und ergreifend stanzen musste. Im Endeffekt wurden einige davon dann wiederbelebt und beispielsweise als Romane bzw. als Hörbücher von Big Finish Productions veröffentlicht. Aber man brauchte relativ flott ein neues Konzept für diese neue 23. Staffel. Und so kam man auf die in den 80er Jahren noch relativ neuartige Idee, für diese Staffel zum ersten Mal ein wirklich staffelumspannendes Gesamtkonzept zu nehmen. Etwas, das bei den heutigen Fernsehserien ja komplett üblich ist, dass Serien entweder für eine Staffel oder gleich für die komplette Serie eine durchgehende Handlung erzählen und jede Folge mehr oder weniger ein Kapitel dieser Geschichte darstellt. Gut, man muss dazu sagen, dass das beim Doktor eigentlich bereits seit der allerersten Staffel Anfang der 60er Jahre etabliert war, weil bereits da bestand ja eine Staffel immer aus einzelnen Storys, die dann wiederum aus einzelnen Folgen bestanden und bereits beim vierten Doktor im Rahmen der 16. Staffel gab es ja The Key to Time, was mehr oder weniger eine Art Staffel umspannende Story war. Aber das war mehr oder weniger das Konzept, mit dem man dann die 23. Staffel retten sollte. Geschrieben wurde die Geschichte, beziehungsweise zumindest der erste und der vierte und letzte Block von Robert Holmes, einem Autor, der bereits 16 Bücher zuvor für Dr. Who geschrieben hat und einer der bekanntesten und auch beliebtesten Dr. Who Autoren war, der dann allerdings, und das werden wir dann im Rahmen meiner Review-Serie zu den Das Urteil Media Books, gegen Ende noch einmal erläutern, leider das Ende dieser Serie niemals erlebt hat und wo es dann noch zu weiteren Komplikationen führte. Äh, kam. Nicholas Mallet saß zum allerersten Mal bei Dr. Who auf dem Regiestuhl. Er sollte dann in seiner weiteren Dr. Who-Karriere bei drei Specials Regie führen, nämlich einerseits bei The Mysterious Planet, dann andererseits noch bei Paradise Towers und The Curse of Fenric, die Todesbucht der Wikinger, die dann beide mit dem siebten Doktor inszeniert wurden. Aber, was wir relativ interessant sehen, ist, dass wir bei der Rätselhafte Planet, dem ersten Teil des Das Urteil Specials, einerseits den teuersten Special Effect Shot haben, den Dr. Who bis zur damaligen Zeit verzeichnet hat, diese eine Baut und diese eine Kamerafahrt hat, sage und schreibe, 8000 Pfund gekostet, aber trotzdem hat man natürlich an anderen Stellen dann wiederum auf die Kostenschraube angesetzt und beispielsweise die Außenaufnahmen des Specials nicht mehr auf Film, sondern auf Video gedreht. Gut, für uns aktuelle Dr. Who-Fans ist das weitestgehend eh irrelevant, weil von den damals produzierten 35mm Filmaufnahmen für die Außendrehs sowieso kaum mehr Material existiert und man eh bei den meisten Sachen nur auf die fertig bearbeiteten Video-Versionen zurückgreifen kann. Aber es war dann eben auch so, dass mit das Urteil dann letzten Endes das Ende der Ära Colin Baker besiegelt war. Das hat auch dazu geführt, dass eben der neue BBC-Programmdirektor einerseits persönlich das Ende von Colin Baker besiegelt hat und dass der Script-Editor damals Eric's Award außerdem seinen Job bei Dr. Who komplett hingeschmissen hat aufgrund eben der schlimmen Erfahrungen mit der Produktion von diesem Special. Aber trotzdem ist das Urteil eine relativ interessante Idee. Wir sehen mehr oder weniger eine Geschichte, die sich in einzelnen Abschnitten entfaltet und dabei mehr oder weniger zeigt, wie der Doktor vor Gericht steht und sich für einige seiner Handlungen, die angeblich gegen den Kodex der Timelords verstoßen haben, rechtfertigen muss. Dabei haben wir eben mit dieser Gerichtssaal-Geschichte eine relativ interessante Rahmenhandlung und sehen im Zuge dessen in den Episoden quasi als Beweisaufnahme, frei nach Charles Dickens der Weihnachtsgeschichte, Geschichten aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Doktors, für die er sich dann eben rechtfertigen muss. Dabei ist Colin Baker übrigens in überraschender Weise nicht einmal der erste Doktor, der mit einer derartigen Geschichte aus der Serie verabschiedet wurde. Bereits der zweite Doktor, Patrick Troughton, hat mit einem Gerichtsprozess im Rahmen des Specials Kriegsspiele dann mehr oder weniger seinen Job bei der Serie verloren, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, nachdem wir vor einiger Zeit eben bereits besprochen haben, dass der siebente Doktor, Sylvester McCoy, der erste war, der im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde und dass man damals dann beschlossen hat, na gut, dann kaufen wir den sechsten Doktor auch noch ein, weil der ist ja mit zwei Staffeln nicht zu lang, wurden die Folgen, die wir jetzt hier im Mediabook von Das Urteil der rätselhafte Planet haben, bereits Anfang des Jahres 1995 im deutschsprachigen Fernsehen ausgestrahlt und mussten demnach für die damalige DVD und jetzt Blu-Ray-Veröffentlichung von Pandastorm nicht erst deutsch synchronisiert werden. Trotzdem hat das Label allerdings eine große Mühe in diesen Release investiert, hat einerseits natürlich das alte Bonusmaterial der Original-DVD-Veröffentlichung wieder aufgegriffen, hat aber auch Zugriff erhalten zu einigen komplett neuen Specials und hat es eben geschafft, als Zwei-Disc-Set diese Geschichte hier, den ersten Teil des Das Urteil-Zyklus, jetzt Ende des Jahres 2021 in einer wirklich interessant überarbeiteten Fassung zu veröffentlichen. Und deswegen freue ich mich darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-Ray-Check das limitierte deutsche Mediabook von Das Urteil der rätselhafte Planet näher vorzustellen. Auf DVD wurden der sechste und der siebte Doktor von Pandastorm damals als dreiteiliges DVD-Set veröffentlicht, wobei es vom siebten Doktor dann auch noch eine relativ coole Limited Edition mit allen DVDs gab, etwas, das der sechste Doktor leider nicht bekommen hat. Aber dafür bekommt der sechste Doktor jetzt eben auch während die Arbeiten an den neuen Synchronisationen andauern auch seine eigenen Mediabook-Releases. Und passend dazu, dass einige der Staffeln mit dem sechsten Doktor ja bereits in England in High Definition of Blu-Ray veröffentlicht wurden, hat die BBC ja jetzt, wo sie ihre damaligen Fehler vielleicht ein bisschen mehr einsieht, auch wieder für neues Bonus-Material gesorgt. Aber dazu kommen wir gleich einmal. Zuerst möchte ich mit euch hier auf dieses Cover-Artwork blicken. Das wurde natürlich wie von den Pandastorm-Media-Books von Dr. Who gewohnt, von Valentina Belli hergestellt. Und die hat auch dieses Mal wieder ein absolut cooles Motiv für dieses Frontcover-Artwork ausgewählt. Vor allem sind diese Dr. Who-Media-Books für mich als Fan von einheitlichen Reihen und von einheitlicher Gestaltung fast schon kathartisch anzusehen. Wir haben bei jedem Media-Book die genau selbe Grundlage mit denselben Dr. Who-Schriftzügen an genau derselben Stelle, und dann eben quasi dieses Bull-Augen-Artwork in der Mitte, wo man, finde ich, einerseits ein großartiges Bild von Colin Baker gefunden hat und dann auch noch einige andere menschliche bzw. blechernde Charaktere aus diesem Special sehr schön untergebracht hat und das Ganze, finde ich, cool auf dieses Frontcover-Artwork aufgeteilt hat. Dann können wir einmal auf den Spine schauen, der natürlich ebenfalls passend ist zu den anderen Veröffentlichungen der Dr. Who-Media-Books von Pandastorm, was hier sehr, sehr gut aussieht, und wir wechseln auf das Backcover. Da finden wir einerseits natürlich ein großes Foto von Dr. Who bei seinem Gerichtsprozess und ein paar andere Ausschnitte aus dem Special dazu. Dann natürlich die Inhaltsangabe und einen sehr, sehr, sehr knappen Abriss des Bonusmaterials, aber darum kümmern wir uns dann später. An der Stelle könnten wir einmal dieses Backcover-Blatt hier von dem Media-Book entfernen und sehen, dass darunterliegend natürlich, wie gewohnt, auf dem Pandastorm Dr. Who-Media-Books ein Bild von der TARDIS ist, bzw. dann rechts unten in einem weißen Feld unsere individuelle Limitierungsnummer als Silberfoliendruck. Schauen wir jetzt dann einmal ins Innere von dem Media-Book. Da sehen wir jetzt zum Beispiel einerseits den Original-Cover-Flyer, der uns noch einen Hinweis auf das Media-Book, auf das Bonusmaterial, bzw. auf die FSK-Freigabe zeigt, und noch weitere Flyer, wie zum Beispiel den für mich immer extrem hilfreichen Episodenguide. Schauen wir dann einmal auf das Media-Book. Da haben wir natürlich wieder die Innengestaltung mit der Galaxie, so wie wir es von den Dr. Who-Media-Books gewohnt sind. Außerdem den Kringel auf den eigentlichen Disks ist aber in dem Fall wieder farblich, finde ich, sehr schön auf das Innere von diesem Media-Book abgestimmt und macht optisch einen recht coolen Eindruck. In diesem Fall übrigens bei dem Set sehen wir keine DVD-Plus-Blu-Ray-Kombo, sondern wir haben ein Set, das zwei Blu-Rays enthält, wobei eben die Standardfassung dieses Specials auf der ersten Disc enthalten ist und dann eine alternative Version auf der zweiten Disc, aber auch dazu dann später noch etwas mehr. Blättern wir zuerst einmal durch das Booklet durch. Das beginnt mit einem Vorwort von Colin Baker, das einerseits in seinem englischsprachigen Original abgedruckt wird und dann natürlich auch eine deutsche Übersetzung spendiert bekommen hat. Hier mit einigen relativ coolen Fotos eigentlich im Hintergrund, die teilweise auch wirklich gute Qualität haben. Wir bekommen dann hier noch einen Text rund um eben diesen Handlungsbogen und dieses Special, der für mich sehr interessant war und kurz und knapp auch die Produktionsgeschichte und die vielen, vielen tragischen Faktoren, die hier mitgespielt haben, abreißt. Außerdem gibt es dann einen kurzen Text über den Autor Robert Holmes beziehungsweise die Richter-Darstellerin Linda Bellingham. Wir kommen jetzt dann auf die Doppelseite mit dem Bonus-Material und da halten wir uns jetzt dann doch noch ein bisschen länger auf, denn wir bekommen auf den zwei Blu-Rays nämlich eben nicht nur zwei Fassungen von dem Special, sondern wir haben auf der ersten Disc mit der Standard-Fassung dann auch noch Audio-Kommentare, nämlich zum Beispiel zu allen vier Folgen, unter anderem mit Colin Baker. Wir haben den isolierten Soundtrack, aber das, was ich persönlich ganz besonders toll finde, sind Specials wie Hinter dem Sofa und Der Tisch des Doktors, wo wir eben einige Interviews, einige teilweise sehr interessante Anekdoten rund um die Produktionsgeschichte und eben die Ära Dr. Who sehen. Was ich ebenfalls faszinierend fand zum Durchschauen, waren die Studioaufnahmen, wo man halt einfach als B-Roll einige seltene Produktionsaufnahmen von diesem Special sieht und dann sollte man auf die Idee kommen, diese Disc in sein DVD-Laufwerk am PC einlegen, findet man beispielsweise noch die kompletten Kameraskripts als PDF-Datei, Konzeptzeichnungen, über 130 Seiten an Produktionsdokumentationen und so weiter. Aber auch auf der zweiten Disc gibt es dann eben neben der alternativen Version von dem Special noch einige extrem interessante und coole Featurettes, von denen man an der Stelle finde ich ganz besonders die längeren Sachen, wie eben das Making-of beziehungsweise dann auch noch einige Remixe mit 5.1 Surround-Sound und so weiter und sofort hervorheben sollte. Das ist alles viel zu viel, um jetzt auf jedes einzelne Special in dem Video genauer einzugehen. Aber eines ist klar, wer sich in diese Folge und in ihre Geschichte hineintigern möchte, der findet in diesem Bonus-Material massig Material. Außerdem haben wir dann auf der rechten Seite noch ein paar interessante Trivia-Effekte, eine recht coole abschließende Seite mit ein paar Danksagungen und damit insgesamt ein, wie ich finde, wirklich gelungenes und vor allem für die Pandastorm Doctor Who-Media-Books absolut passendes und perfekt gleichgestaltetes Design. Aber wie heißt es so schön, auf die inneren Werte kommt es an. Und deswegen möchte ich mir mit euch im nächsten Segment von Playzugs Blu-Ray-Check nicht nur die äußere Hülle dieser Veröffentlichung anschauen, sondern auch das, was die beiden Blu-Rays so wirklich am Kasten haben in Sachen Bildqualität. Wie üblich habe ich dafür einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von Pandastorm direkt mitgebracht, möchte allerdings natürlich noch einmal betonen, dass auch wenn ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow zwar alles selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder natürlich abspeichern, ins Video einfügen, die es dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr eins zu eins mit der tatsächlichen Blu-Ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und nachdem wir es im Fall von Das Urteil der rätselhafte Planet, die ja mit zwei verschiedenen Fassungen des Specials zu tun haben, möchte ich natürlich auch über beide verschiedenen Fassungen hier sprechen. Zuerst schauen wir uns an der Stelle einmal die Standard-Version an, die Originalfassung, so wie sie damals im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und da bekommen wir ganz einfach die klassische Doctor Who-Bildqualität. Was ich allerdings bei dieser Folge ganz besonders interessant finde, vielleicht auch weil sie ein bisschen jünger ist als einige der anderen Specials mit dem vierten Doctor oder so, die ich hier ausführlich bereits vorgestellt habe, ist, dass die Farben etwas kräftiger wirken, dass man da im Restaurations- und Remastering-Prozess schon ein bisschen drauf geschaut hat, dass das Bild ein bisschen bunter ist, auch wenn manche Einstellungen doch ein kleines bisschen gräulich erscheinen, ist es vor allem die Kleidung des Doktors, die immer wieder einen coolen Fleck an Farbe ins Bild zaubert. Natürlich, und das wird jedem schon aufgefallen sein, handelt es sich bei dem Bildmaterial, das hier auf der Blu-ray aufgespielt ist, nicht um eine native HD-Auflösung, sondern gemäß dessen, was im Rahmen der langen Produktionsgeschichte mit Doctor Who passiert ist, nur um das analog archivierte Ausgangsmaterial, das eben dann für diesen Release abgescaled wird. Man merkt natürlich, dass man sich aber damals im Restaurationsprozess auch durchaus bemüht hat, das Bild noch möglichst aufzuhübschen. So hat man zwar teilweise leichte Doppelkonturen, die natürlich an den Rauschfiltern und dann dem später eingesetzten Nachschärfefilter liegen, aber selbst über den großen Fernseher war ich tatsächlich an der Stelle recht positiv überrascht von dem, was man hier aus dem alten Material noch rausholen konnte, obwohl es natürlich in keinster Weise echtes HD-Bild ist. Aber jetzt wechseln wir mal zu der anderen Fassung und ich denke mir, in Sachen Bildqualität können wir an der Stelle weitestgehend Copy und Paste machen. Wir haben mehr oder weniger dieselben Nebeneffekte des Bildes, weil es sich um ein ähnlich archiviertes Material und eine ähnliche Aufbereitung handelt, wobei ich aber trotzdem fast der Meinung wäre, dass das Bild dieser alternativen Fassung noch einen kleinen Tick schärfer und einen kleinen Tick farbenfroher teilweise sein kann. Insgesamt sind sie aber trotzdem weitestgehend auf dem selben Niveau, aber an der Stelle möchte ich die Zeit nützen und noch ein paar weitere Informationen rund um diese alternative Version geben. Grundsätzlich handelt es sich bei dieser Fassung um die quasi Wunschfassung beziehungsweise die ursprüngliche Bearbeitung seitens des Regisseurs Nicholas Mallardt, die dann allerdings für das Sendeschema der BBC ein bisschen abgeändert werden musste. So sind es circa viereinhalb Minuten, die aus der ersten Folge geschnitten wurden und auch die letzte Folge ist circa eineinhalb Minuten länger. Bei den Folgen zwei und drei sind die Unterschiede dann teilweise recht gering. Die dritte Folge ist in der alternativen Version sogar um ein paar Sekunden kürzer als die Originalfassung. Aber was Pandastorm bei dieser Umsetzung wieder mal absolut großartig gemacht hat, ist, dass sie natürlich den deutschen Ton für diese alternativen Versionen mitverwenden und lediglich die neuen Szenen, die in der damaligen Fernsehfassung gefehlt haben, im englischen Original mit deutschen Untertiteln belassen haben. Der Ton wurde dabei sehr gut abgemischt und sehr gut an diese neue Fassung angepasst, weswegen man hier mit dieser Version extrem zufrieden sein kann und das auch die Version war, die ich mir für das Review jetzt angeschaut habe und die, die ich euch an der Stelle empfehlen würde. Außer, ihr seid strikt gegen Sprachwechseln, davon gibt es aber nicht so viel, keine Sorge, dann nehmt natürlich einfach die Originalversion, weil so groß sind die Unterschiede dann doch nicht, außer bei der ersten Folge. Und obwohl ich im Rahmen meines Blu-Ray-Checks hier schon das ein oder andere Doctor Who-Special ausführlich beleuchtet habe, bin ich bei jedem neuen Review immer noch fasziniert und überrascht, wie spannend einerseits die Geschichten des Doktors, aber dann vor allem noch die Geschichten rund um den Doktor sein können. Ich muss an der Stelle gestehen, meine Doctor Who-Leidenschaft begann tatsächlich einfach damit, dass ich Steelbooks, Mediabooks und Collectors Edition sammeln und es hat überraschend lang gedauert, bis ich wirklich damit begonnen habe, mir die Folgen auch tatsächlich anzuschauen. Und das war eine der besten Entscheidungen in meinem gesamten Leben. Ich liebe diese Serie und ich liebe es vor allem, mich für diese Videos noch mehr und tiefer in die Produktionsgeschichten hinein zu tigern und eben diese wirklich spannenden und interessanten Informationen für euch zusammenzufassen. Das Urteil der rätselhafte Planet ist dabei auch wieder eines der Specials, das ich jetzt für dieses Review das allererste Mal gesehen habe und wo ich jetzt einmal wahnsinnig gespannt bin, wie die Geschichte rund um das Urteil dann letzten Endes weitergeht. Die ersten Folgen waren auf jeden Fall großartig, ganz besonders die vielen bunten und cool gemachten Kostüme haben mir bei diesem Special ganz besonders gut gefallen, insbesondere auch diese Geschichte mit der Zeitreise und quasi eben der Folge in der Folge, wo wir uns eben diese Beweisaufnahme gemeinsam mit dem Doktor anschauen und ihr soll mehr oder weniger genauso wie er erst rausfinden müssen, was ihm da jetzt eigentlich vorgeworfen wird. Gepaart sind diese Folgen dann noch mit einer absoluten, unfasslichen Menge an Bonusmaterial. Bereits damals für die DVD-Auflage war ja schon das ein oder andere Special verfügbar, aber das, was wir jetzt an insgesamt fast 500 Minuten an Bonusmaterial hier in diesem Special, in diesem Mediabook vorfinden, das ist ein reiner Wahnsinn. Von Audiokommentaren über zwei verschiedene Schnittfassungen über allein eineinhalb Stunden an Behind-the-Scenes, B-Roll-Studioaufnahmen bis hin zu Interviews, Specials, Featurettes und so weiter. Das ist das absolute, ultimative, rundum-sorglos-Paket für jeden Doktor-Who-Fan und einerseits eine großartige Ergänzung zu dem Inhalt von Das Urteil bzw. der Ära Colin Baker, aber auch generell etwas wirklich Spannendes für alle, die sich für den Doktor oder generell absolut absurde und interessante Fernsehgeschichten interessieren.